Leute, wir sind hier mitten in der Nacht, unterwegs, in Russian Fishing 4 und es bimmelt gerade schon wieder los hier. Ich teste gerade, und ich teste gerade, nachdem es gestern im Stream wieder hieß, joa, Aal? Und ich teste hier gerade den Aal! Leute, Affengeil! Affengeil! Und es hat direkt reingerasselt hier, 1,7er Aal. Ich bin hier an der alten Festung und halte den Wurm gerade mal schön rein ins Wasser. Ich habe das gestern Abend sogar nochmal nach dem Stream getestet, war auf der gegenüberliegenden Seite. Da sind so ein paar kleine drangegangen, aber es scheint so, als ob im Moment der Aal da oben an der alten Festung wieder lüppt. Ich habe auch schon Kommentare gehört, irgendwie 5 Aale in der Nacht, 800 Gramm plus. Und ihr wisst, normalerweise bin ich da echt kritisch dem Aal gegenüber eingestellt, weil halt Aal immer nur für eine gewisse Zeit läuft. Und wenn man dann gerade als Anfänger im Level 12, 13, 14 Bereich so viel Zeit hier die ganze Nacht quasi damit verbringt, auf einen Aal zu warten, der dann vielleicht noch nicht mal maßlich ist, dann ist es immer blöd, die Zeit zu verschwenden. Aber sollte das jetzt hier tatsächlich laufen mit dem Aal, dann wäre das natürlich nicht schlecht. Und 1,7 haut schon mal ganz gut rein. Ja, vorhin war schon mal einer mit einem Kilo, das war auch schon mal nicht schlecht. Dann hatte ich jetzt zwischendurch probiert auf Schleie und Co., denn ich hatte gerade auch noch eine Schleie dran. Jetzt sind hier gerade noch ein paar Schuppies reingerasselt. Also grundsätzlich schon mal eine gar nicht so schlechte Stelle, ob mit Käse, Kartoffel, Tauwurm und Honigteig. Honigteig auch ruhig mal mit reinnehmen, für die Schleien zum Beispiel. Ich habe hier so ein bisschen rumprobiert, was denn alles geht neben dem Aalangeln. Denn es lohnt sich ja nicht, den ganzen Abend hier oder den ganzen Tag hier quasi nichts zu fangen oder nicht zu wissen, was man machen kann, nur damit man dann in der Nacht schön auf den Aal gehen kann. Ich gucke noch mal eben hier in die Montage rein. Ich habe das ein bisschen speziell zusammengebaut. Und zwar mit Fluorocarbon-Komplettschnur. Ist kein Muss. Ganz entspannt. Ihr könnt ganz normal mit eurer Mono oder mit der Braid, mit der geflochtenen Schnur hier rangehen. Nehmt dann einfach einen Vorfach im Bereich von 6,9. Vielleicht könnt ihr auch auf Richtung 5 Kilo gehen, aber dann wird es schon wirklich schwierig. Bis 7,7er Vorfach. Ich nehme immer gerne recht große Haken. Also hier jetzt in dem Fall einen Vierer-Haken und einen schönen dicken Tauwurm da dran. Fischfetzen kann durchaus auch funktionieren. Zack, da geht er wieder runter. Gucken wir mal, was jetzt dran ist. Kurz anschlagen. Da haben wir eine Karausche. Ja. Und dann hier vorne, ich kurbel noch mal ein Stückchen zurück. Hier vorne so ins Grün rein. Genau. Also ich habe jetzt hier zwei Routen. Hier weiter rechts. Eine noch hier vorne in dem Grün. Also wichtig ist quasi hier dieser Schilfgürtel. Diese ganze Area, dass man da dann die Köder drin liegen hat. Und dann heißt es tatsächlich warten. Wenn man mehrere in der Nacht hat, ist es immer schön. Wenn man einen dicken in der Nacht hat, ist es auch noch schön. Wenn man keinen in der Nacht fängt, dann vielleicht nochmal eine zweite Nacht probieren. Aber nicht übertreiben. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und ganz wichtig, guckt auf das Datum von dem Video. Wie lang ist es draußen? Wie alt ist es? Vielleicht, wenn ihr das seht, und es ist vielleicht jetzt schon drei, vier Wochen her. Und ihr probiert es aus und es klappt einfach nicht mehr. Dann ist, da kommt der Nächste. Zack, 900 Gramm. Schön. Dann ist einfach vorbei. Das kann sein, dass jetzt in der Woche schon vorbei ist. Es kann auch sein, dass es schon in den nächsten Tagen vorbei ist. Aber das werden wir sehen. Das ist halt immer das Risiko. Oder das ist halt immer die Situation beim Aalangeln. Mal lübt es, mal lübt es einfach nicht. Und dann ist es einfach wieder vorbei für die nächsten paar Wochen. Ja, so ist es nochmal. Ja. Ich würde sagen, ich harre hier noch ein bisschen aus. Das Ganze mit dem Aalangeln läuft ja ungefähr. Also ich sage mal, wenn man es maximal ausreizen will, dann kann man die Kombination oder die Routen so drinnen lassen. So vielleicht bis 10 Uhr am Vormittag. Wenn zwischendurch noch ein paar Schleien dann reingehen in den Morgenstunden, dann kann man natürlich auch einfach die Tauwür mal so dran lassen. Andererseits, wie gesagt, man kann es auch dann probieren, so ab 10 Uhr einfach zu wechseln auf Käse oder auf Honigteig. Na, gucken wir mal. Ich überlege, ob ich auf der Route jetzt gleich mal nochmal einen Fischfetzen ran mache. Vielleicht geht auch gar nichts rein. Das macht mich ja immer fettig. Eigentlich bin ich immer geneigt, dann nach ein paar Minuten die nochmal rauszuziehen und nochmal neu auszuwerfen. Raus damit. Raus damit. Fischfetzen dran. Gleiche Montage. Vierer Haken. Jetzt ist das Wurfgewicht recht hoch. So, schön nach vorne rein. Bremse ist hier überall schön locker, weil, auch da drauf aufpassen, ein dicker, fetter Aal kann schon mal massiv reinrasseln. Das heißt, die Bremsen noch mal vielleicht zwei Stufen weiter runter als normal, damit da nicht auf einmal so mächtig viel Spannung drauf ist. Wie gesagt, die dicken Aale, die können da schon mal richtig reinrasseln und dann richtig Gas geben und wegziehen. Und aus diesem Grund lockere Bremse. Hochziehen kann man ja immer. Die Bremse. Zack. Zack. Zack, nochmal anschlagen. Und da ist tatsächlich noch einer dran, oder? Jau. 1,5er Aal. Was geht ab? Was geht ab? Den Aal. Den Aal. Nichts tanzen. Fangen. Geile Sache, Alter. Wieder auf dem Tauwurm. So, wieder entspannt hier vorne knapp hinter das Schilf geworfen. Ja. Genau, also direkt so hinter das Schilf, hinter die Kante. Den letzten mit, oder den ersten mit einem Kilo. Da war ich, bin ich gerade eingeloggt, da war es schon 5 Uhr morgens. Da habe ich gedacht, komm, schmeiß mal direkt raus. Die Stelle hier, das ist ja für mich so eine Klassiker-Stelle. Aber das Ganze auch mal von der anderen Seite, ja, habe ich bisher noch nicht gemacht. Und wie gesagt, sonst, wie gesagt, der erste jetzt mit einem Kilo hier unten, den hatte ich hier gefangen. Aber auch von der, ob jetzt da steht oder da hinten steht, eigentlich wurscht. Ich hatte auch hier direkt quasi an die Kante von den Seerosen hier geworfen. In die Seerosen rein oder hier ins Schilf dann rein. Hier vorne kann man auch noch was hinwerfen. Also der ganze Bereich hier, der funktioniert gerade. Alles ziemlich aalverseuchte Area. Und das ist gut so. So, dann machen wir jetzt noch mal kurz einen Break. Und wenn dann gleich noch was Dickes reingeht, gucken wir uns das natürlich noch mal an. Und am Ende machen wir natürlich noch den Kassensturz. Bis gleich. Und da zuppelt es wieder los. Schön jetzt in den Morgenstunden, auch fürs Aalangeln, noch mal eine ganz wichtige Zeit. Und die Morgenstunden, na, ist es überhaupt ein Aal? Ne, guck mal da, die erste Schleie. Sehr schön. Und genau so, genau so darf es weitergehen. Denn auch die Schleien, die funktionieren hier gerade ganz gut. Und das ist einfach eine super Kombination. Das erinnert mich an die guten alten Zeiten, wo man Schleien fangen konnte. Auf Käse die ganze Zeit die Schleie gefangen. Und nachts ging auf dem gleichen Käse dann auch noch der Aal dran. Also macht auch für euch frischen Zwölfer, die vielleicht noch keinen, die noch keinen Tauwurm haben oder so. Oder wenn ihr gerade keinen Tauwurm habt oder keine Koda dafür. Vielleicht habt ihr aber schon Käse. Dann den Käse reinhalten. Oder natürlich auch mit dem Regenwurm versuchen. Einfach rein mit den Regenwürmern. Auch das kann natürlich funktionieren. Wobei da, muss man sagen, die Frequenz oder die Wahrscheinlichkeit schon etwas geringer ist nochmal. Aber auch das kann halt passieren. Also das funktioniert schon, dass man mit diesen normalen Ködern dann auch nochmal ein Aal fängt. Ja, jetzt haben wir 5 Uhr morgens. 4, 5 Uhr, das ist eigentlich nochmal, wie gesagt, so eine ganz wichtige Zeit. Dass da was reingeht. Hier auf der Route mit dem Fischschwätzen hat sich gar nichts getan. Sonst die Nacht durch war jetzt auch nicht wirklich viel. Im Großen und Ganzen bin ich allerdings auch schon zufrieden mit der Ausbeute. 3 vernünftige Aale. Alle so ab 1 Kilo knapp. Das ist auch schon ganz okay. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir ingame noch gut 5 Stunden Zeit. Wenn man das so bis 10 Uhr maximal ausreizen möchte, dann ist das soweit schon ganz okay. Wie gesagt, es gehen ja auch noch andere Fische rein. Von daher gucken wir mal, ob da gleich nochmal ein bisschen was bimmelt. Und da bimmelt es. Dankeschön. Sehr gut. Übrigens gleich die dritte Route, beziehungsweise jetzt hier die erste, die werde ich jetzt gleich, ja, ich sag mal so in 1-2 Stunden, werde ich die, ähm, umbauen, wieder auf Tauwurm. Also nur wirklich dann in der Nacht den, ähm, oh, schönes Ding. Nur in der Nacht wirklich den Fischschwätzen. Alter, eine dicke, fette Schleie. Was geht denn ab? Auch ein schönes Ding. Abgefahren. Ist ja natürlich genauso geil. Tipptopp. Schleie und Aal. Aal und Schleie. Was will man denn mehr? Nehmen wir den Fisch noch mit rein. Und wenn dann jetzt in der Zeit der Fischschwätzen gar nicht mehr angerührt wird, dann tausche ich den auch gleich nochmal aus. Weil man sieht ja hier, ne, deutlich mehr, deutlich mehr hier auf dem Tauwurm. Und wenn es halt auch nur, zack, der nächste Aal. Bam! 1,3 Kilo. Alter, lüppt. Affengeil, ey. So darf das. Abgefahren. Wie gesagt, nur in solchen Situationen, wo es lüppt, auf Aal angeln, vergeudet nicht eure Stunden, wenn ihr mal auf Aal Bock habt und es geht nichts. Also nicht irgendwie tagelang hinhocken. Ich will aber einen Aal fangen. Aal ist so ein Saisonding. Saison. Also er ist mal da und mal ist er nicht da und wenn er da ist, dann Gast geben. Einfach umhören. Es gibt mit Sicherheit irgendjemanden, der sofort anfängt zu schreien und zu sagen, hör mal Aal, Aal, Aal. Ich habe eine Aal-Trophy gefangen und was nicht alles. Dann ausprobieren, dann reingehen in den Aal und ansonsten einfach, keine Ahnung, die Kartoffel rauswerfen, auf Brasse gehen, auf alles andere gehen, aber nicht auf Aal. Oder halt, was ich immer gerne sage, gerade im Low-Level-Bereich, ab an den Windenbach, mit einem Mistwurm, Krebse, Muscheln, Kleinkram, Döbelangeln. Das ist wesentlich geldeffektiver, XP-effektiver, als hier die ganze Nacht dann rumzusitzen und einfach nichts zu fangen. Tja, 7 Uhr. Sehr guter Schnitt bisher. Ich würde sagen, so bis 10. Gucken wir uns das Spielchen noch an. So langsam mischen sich natürlich auch alle anderen Fische hier mit rein. Und Tauwurm, einer der besten Allround-Köder. Oh, das ging schien. Der ging hart runter. Oh, 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 oh. Der besten Allround-Köder. Und so ein Allround-Köder kann natürlich auch durchaus Amure triggern oder Karpfen. Ich versuche den jetzt gerade ganz schnell hier links rüber zu ziehen. Links in Richtung Offenes ziehe ich, damit er rechts rüber flieht, wo die Brücke ist und da nicht weiter durch kann. Das heißt, dass ich ihn hier immer noch drillen kann, aber dann hier in diesem geschlossenen Bereich an der Festung jetzt hier, wo er mir nicht abhauen kann. Also sofort dahin ziehen, wo er nicht hin soll, damit der Fisch dann umdreht. Ich gehe auch nicht weiter hoch von der Bremse. Gucken wir mal, was es ist. Zieht ganz gut rein. Ja, oh, 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 oh. Boah, der hat aber Gas gegeben. Drei Kilo Schleie. Boah, kampfstark. Krass. Krass, ey. Mächtiges Gerät, ey. Wow. Ja, wie gesagt, also je, je, äh, später es wird, jetzt sind wir ja schon gleich bei neun Uhr, desto mehr andere Fische mischen sich natürlich unter, desto seltener wird dann der Aal. Wobei das natürlich auch gut ist, auch wenn zwischendurch halt ein paar Karauschen und so reinrasseln, dann fängt man halt eben wieder was, ne? Boah. Alter, was war das? Die ganzen Abend über nichts. Und da... Alter. Und auf einmal... Auf einmal... Die... Die Route, die die ganze Nacht kaum irgendwie Aktion hatte. Alter. Nochmal schnell den Anschlag gesetzt. Die rast auf einmal runter. Kann ich noch einen höher? Komm, einer geht noch. Hart im roten Bereich. 6,9 Kilo Flurokomplettschnur. Die Schnur ist am Limit. Aber das Gute ist, die Ruten liegen schon in Richtung der Brücke, wohin die Fische halt nicht weiter durch können. Ich halte erst mal ein bisschen dagegen. Der Fisch zieht, 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 zieht. Man sieht schon von der Schnur her, der ist schon da hinten an der Brücke. Er hat auch noch richtig Bock. Jetzt erst mal vorsichtig noch ein bisschen ziehen lassen. So. Er gibt Gas, er gibt Gas. Macht die Bremse ein bisschen weiter runter. Einen Schritt weiter runter. Laufen und währenddessen rechte Maustaste drücken. Damit man nicht so viel die Spannung verliert. Und da lässt aber auch schon da lässt aber auch schon die Power wieder ein bisschen nach. Bisschen eigenartig vom Drillverhalten. Ich gehe mal weiter runter hier. Bisschen eigenartig. Also jetzt nicht so Was könnte, ist das ein Amor? Eigentlich haut der mehr rein und macht auch mehr so Kopfschläge dann, ne? Alter! Will auch gar nicht weiter weg hier. Ah, hier haben wir auch noch ein Holz. Sehr gut. Dicke, fette Schleie wieder. Alter, Tatsache. Die Trophy-Schleie auch noch. Leck mich fett, alter Falter. Dicke, fette Aale und auch noch dicke, fette Schleien. Was wollt ihr denn mehr? Was wollt ihr denn mehr? Leck mich doch. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Aber Leute, jetzt mal hier. Gas geben. Gas geben. Lecko funny, ey. Ist doch nicht normal. Und noch eine kleine Karausche. So, jetzt aber schnell. Bevor. Zack. Das legen wir mal eben aus hier. Jetzt aber schnell. Wir gucken jetzt direkt in den Kescher. Wir haben auch, jetzt haben wir schon 11 Uhr. Wir gucken jetzt direkt in den Kescher. Denkt dran, Kanal abonnieren, Daumen da lassen und montags, mittwochs und freitags bei Twitch vorbeischauen. Und jetzt gucken wir mal eben, was das im Café. Gibt es da irgendwas? Haben wir nichts? Was hat das jetzt in dieser halben Stunde gebracht? Ein... Ist ja nicht normal. Die hier unten, die lassen wir aus. Der erste Aal bis zur letzten Karausche 199, also knapp 200 Silber gemacht in einer halben Stunde Aalangeln. So, Leute, Gas geben. Holt euch raus, die Brocken etlüpt. Den Kanal nochmal abonnieren. Wie gesagt, Daumen da lassen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.